Mic'd up, Leute. Ja. Das Gute ist, wenn der Timmy heute lieber ruhig spielt, kriegt er vielleicht eine Defense. Ja. Dann sage ich nie wieder was. Wie war die Party, Erik? Ganz lustig. Du bist abgestürzt. Ich bin abgestürzt. War eine Frage. Nee. Niemand ist... Beim Grillen bin ich vom Balkon abgestürzt. Erik anscheinend nicht. Es war eine zivilisierte Party mit Gesellschaftsspielen. Was ist das denn? Was ist das denn für ein Problem? Was ist das austretende Pferd? War es Stuttgart oder die anderen? Potsdam. Ich kenn die Übungen, aber nicht so. Ich komm nicht höher. Kann ich doch nicht so was. Bei denen sah es super aus. So, wir müssen noch Intro machen. Wir sind heute nämlich Mic'd up. Magst du nicht? Da drüben steht er. Testspiel gegen die Herren 4. Let's go. Meiner. Nee, passt schon. Aua. 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 Aber nicht schlimm. Nur normal. Ich hab den Ball nicht getroffen. Aber... Das schlechteste fest für den Ball. Ich glaube auch. Ich glaube auch. Ich weggeleitet. Boah. Erdig. Pankt. Cool Jungs. Okay, lasst uns. Mach mit in den Außen. Ja! Ja, ja. Oh ja, Temes! Ja, ja. Koppelblock. Brech ihn hier vorne. Ah! Geil, Erik. Gib ihm! Ich dachte, du brichst von mir zum Kurs. Ich werde nicht sagen. Komm, komm, komm! Ja! Aber wie hoch bin ich? Mindestens. Okay. Halt! Vielen Dank! Oh, den der Temes. Das war! Auf, auf, auf! Wuuu! 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 War noch ein bisschen höher. Temi! Oh! Scheißball! Scheißball! Ja! Scheißball! Scheißball von mir! Wer hat denn fast an die Decke gebaggert? Wir laufen fast! Was tut das denn? Ach, ist das gebritscht sogar! War perfekt! Max, Max! Scheißball! Ja, jetzt mehr! Mehr! Nicht wieder läuft! Ja! Geht er aus! Ne! Uh! Und du hast so viel Topspin drauf, der ist gut. Du hast dich weiter so weit oben angesessen. Ja! 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 2-3! Go ahead! Nice, Temi! Weg, weg! Einer! Go! Nice, Temi! Temi! Genau so! Gib ihm! Nice! Guter Treiber! Guter Schlag! Süß! Ja! 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 Für das, dass ich vergessen habe, dass das Trainingspiel ist, macht ziemlich viel Spaß. Hehehe! Die 10-Jahle legt alle was es nichts tun. 10-Jahle, das ist nichts tun. 10-Jahle! 1-2! 1-2! 3-1! Daher auf! Hehehe! Boom! Liegt zu, 2-2 aus! Weg weg! 1-2! Daher auf! Kurz, kurz, kurz! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Alter Dima! Der war saftig. Ja. Wieder mal. Geh raus, geh raus. Geh raus, geh raus. Ja, ja! Komm, komm, komm! Ja Tim! Alter Timme! Schön durch. Zuspieler läuft. Oh! Buf! Oh ja, Mann! Oh ja, Mann! Oh, bitte! Da habe ich mich zufrieden, hinzugehen und dann wieder nicht. Und dann wieder schauen und dann wieder nicht. Ich dachte mir, wenn der denn so trifft, kann der nicht reinnehmen. Ja. Wer reingefallen wäre. Ja, Tim ist MVP mit seinen Aufschlägen. Ja, Tim ist auch generell MVP. Das ist ein bisschen höher, aber... Oh! Ja, ja, ja! Go! Oh! Oh! Hoor! Oh! Prost, Max! Ja! Rüber, rüber, rüber! Räck, räck, räck! Heil! Mann, nee, ich schieb doch den Ball. Ich bin wieder flottet. Oh, noch eine. Go! Nein, Timmy. Ausflossen, ausflossen. Ja! Nochmal. Oh, Timmy, geh! Ah! Keine Feste, Timmy. Inke Hand, flottet. Oh Gott. Sichern, sichern! Gut gemacht. Oh, mal lang geschlagen. Coach, hast du es gesehen? Ja, gut so. Geht, geht, geht! Redert! Jungs! Ja, ja, ja! Ausflossen! Oh, Jungs, raus, raus! Ausflossen! Ausflossen! Oh, Jungs, raus, raus! Ich dachte, da geht raus! Alter, der kommt 2 Meter im Feld an! Sorry! Oh, ich war ein bisschen zu spät, sonst hätte es so gescheffert. Das war gut! Stopp! Der war gut! Stopp! Der war schön! Kobi! Cool, Mo! Wenn ihr nicht blockt, dürft ihr so einen Meter um euch herum schon nehmen! Ja! Ich muss gar nichts nehmen! Isst du da vorne? Gewinn! Stech weg! Den habe ich nicht erwarten! Aber ich glaube, ich hätte ihn gehabt. Tempo! Weg, weg, weg! Halt! Weg! Halt! TEMPO! TEMPO! Oh! Oh! SI 만들! Halt! Mach ihn! Mach'n wir mal. Ich schieb ihn hoch. Geiler Basti. Geiler Basti. Kein Druck. Im Testspiel gibt's keinen Carsten. Kein Druck. Im Testspiel gibt's keinen Carsten. Ich mach das Mic ab. Du machst Mic ab? Mach Mic ab. Mic ab. Kein Name? Ja. Das Spiel läuft übrigens. Das ist so dumm. Ich glaub, der war schwer. Nee, der war einfach nur dumm. Ich war einfach nur dumm. Hat er doch noch geschafft. Der war so viel wieder. Wie auch immer. Ja gut. Eins. Zwei. Ja gut. Ja gut. Ja gut. Ist auch ein bisschen flach. Ja gut. Ja gut. Du musst ihn von vorne haben. Ja gut. Ja gut. Ja gut. Ja gut. Ja gut. Ja gut. Komm, mach ihn. Die Griechen waren es blöd. Was für Griechen? Ne, die Griechen sind heiß. Ja gut. Ja, ja. Oh, der schafft es! Bam! Ich bin so'n Scheiß auf die 4 grad zu. Immer ist eh der Schlechtere von den 2 Bochern. Aber dann hat er einfach kaum den Elb-Eimer Kontergeld. Ah, meiner, 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 meiner! Ah! Hä? Ja! Hä? Ja! 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 Ich hatte kein Gefühl! Einmal im Schienbein. Zack! Ja! 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 Ich, 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 ich! Ich kann, ich kann, ich kann! Ja, der kann er nicht mehr!